hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen wieder wahlheim zweiter versuch des knochwanst und let's go so daco fertig für runde 2 ja hast du nur sprecher dabei sehr schön weil man das ja über 150 leben ich habe 90 nämlich ab bin satt ach nee jetzt konnte ich was essen stimmt essen in die hotbar das ist das wichtigste ja ja ich muss dann dort erst mal ein gift dran nehmen er wird schon wieder geschossen irgendwo was ja doch das kannst du einsammeln bin ich aber nicht es sind noch trophäen schlamm knochenfragmente und skeletttrophäe gut das sind normale mobs der war der dort ist irgendwo ein baumstumpf verstand ist der den baum hat er geschrottet und erst einmal warte stopp mal ich darf das nicht angucken wenn ich den trank nehme und noch überhaupt nichts machen ich muss mich erst mal zurecht finden wo ich was machen ach daco du bist schon zu weit weg komm hin und eröffne dich wo ist bornt da direkt neben dem kopf ich sehe was du vorhast du arsch der geht gerade auf mich vergiftet scheiße und ein skelett verfolgt mich das skelett habe ich da unten gekloppt ja ich habe ja noch schleimlinge gerade Achtung der beschwört wieder um Ops er ist auf jeden fall auf mich down äh down äh äh aggro mit dem haben wir kein damage ich habe das zweimal versucht scheiße skelett hinter mir mehrere gleich down lauf ich glaube der ist auf mich akko oder ja ich muss eigentlich auch rechernarieren naja erst auf mich kannst ja ja der beschwört wieder um Ops mit seiner Giftwolke ich hole mich dort um die Mobs die Nerven umziehe ich scheiße der hat mich noch erwischt mit dem Gift hier gibt es auch so mal ein Problem gerade das Feuer macht halt sau wenig damage bei dem ich habe nochmal damage vor naja der macht schon in der Giftwolke die müssen halt versuchen nicht in der Giftwolke zu stehen wenn der die macht ich bin immer da wo der ist mitten im geschehen ich bin immer da wo der ist mitten im geschehen vor allem die Giftwolke bleibt doch erstmal eine halbe Ewigkeit immer scheiße Ausdauer ist weg ebenfalls machen wir mal damage machen Ausdauer weg den Diff gibt schon Einglop weg warte noch gehts ja jetzt aber zur hälfte ist er down der wird wieder abgeschmissen mit Kugelchen glaube ich der wird wieder auf mich angucken ja ich muss noch ein bisschen raken bei mit 59 nehmen komme ich nie weit essen kann ich aktuell auch nix ich kann ja mal gucken ja er ist auf mich aggro du kannst wieder mit Pfeil und Bogen schießen nein jetzt hat er gerade die scheiß Wolke gemacht was auf der kommt zu dir jetzt wieder zu mir Eing Achtung Mops hinter dir rechts ach Gott oh ja da ich schenke lauf einfach weg Ike lass die Mops auf mich sagen und dann kannst du den Großen ablenken erstmal genau dann denke ich ach scheiße Ich bin auch grad vergiftet durch den Schleibling hier. Ich bin ziemlich in der Enge. Der hat mit Mops abgeworfen. Daco, denk dran, Aiccio, 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 Aiccio. Schlecht die Idee jetzt. Oh fuck. Ich wusste nicht, dass das schon lange dauert. Du müsstest das auch haben. Ich hab's halt auch gerade eingesetzt gehabt. Ach so. Ich bin schon wieder vergiftet. Ich muss kurz warten. Ich bin unter 50 Leben. Ja. Mobball. Aiccio, wir müssen uns wieder aufteilen wieder. Ja. Es ist aber doof, wenn ich gerade von Skletten abgeschossen werde. Ich versuch den wegzumachen von dir. Ich sag mal so ein Pfeil von denen und ich bin down. Mir rennt beim Knochen auch noch einer mit hinterher. Ich seh nicht mal Rops. Noch 30 Sekunden, dann kannst du die Tränke wieder einsetzen. Dann kannst du wieder draufkloppen. Ich versuch den mal von hinten ähm zu kloppen. Ich versuch der rennt hier hinterher. Alles gut. Achtung gibt Wolken. Jaja. Noch hab ich. Ich hab's ja auch noch. Muss aber weg. Ich bin gleich down. Ah, Heiltrack. Ne, Heiltrack. Äh, macht's weg. Gut. Oh Gott. 30 Sekunden Gegengift hab ich noch. Fuck, bei mir sind Mobs. Ja, nicht nur bei dir. Scheiße Geist. Dann kümmere dich erst mal um den. Wenn der nicht runterkommt. Fuck. Bist du jetzt auch noch nicht Akku? Heim, der ist schon zwei Drittel down. Also... Das müsste doch machbar sein jetzt da. Die Tür geht auch noch. Eine Minute zwanzig. Ich hab' den Schleimling vergiftet. Glocken bringt bei dem einfach mal gar nichts. Der regeneriert sich. Scheiße. Ich bin fast down. Oh ne, jetzt sagt nicht, bei mir klingelt's gleich. Hey. Heik, ich kann überhaupt nicht helfen. Ich musste ganz weit. Ich hab' 16 Leben. Das ist aber grad scheiße, weil es wird der bei mir klingeln. Kleine Teile kann ich die Perfektin sowieso nicht besiegen. Pyrohöhööööööööööööööäy. Der däuri soll nicht sein. Scheiße. Scheiße. Ich muss kurz breaken, ich habe nur noch 40 Leben. Jetzt bin ich wieder 40 runter. Wo bist du mit dem? Was? Wo bist du mit dem? Der ist da hinten. Oh, die scheiß Mops hier. Der regeneriert sich halt auch einfach wieder. Das ist wirklich krass mit dem... Oh, fuck. Mann, scheiße. Oh, Ausdauer. Mach doch die Mops. Scheiße. Ich habe den gerade so weit runter gehauen und jetzt so rackt der wieder, ey. Ich kann das in 30 Sekunden wieder einen Trank nehmen. Achtung. Und jetzt hast du mich akku. 10 Sekunden noch mit Tränke von Leben und Ausdauer. Ja. Boah, jetzt sind wieder Mobs hier. Mach den Mobs, der ist auf mich akku. Ja. Ja, ich bin schon wieder vergiftet. Das ist... Er hat ein Baum gefehlt. Ich werde abgeschossen von irgendwo. Okay, die Sieb ist das. Was? Komm, komm, schnell, schnell! Ja! 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 Ich könnte das jetzt nicht lesen. Soll ich das einsammeln? Warte mal, was ist denn da? Holz. Äh... Ja klar, mitnehmen. Ähm, irgendwo ist hier ein Skelett, was mich gerade abgeschossen hat. Das hat mich auch mitten im Kampfamt geschossen. Ich weiß aber nicht von wo. Ah, ne! Das ist der Tower von da hinten, glaube ich. Ne, da ist nichts mehr. Ne! Von oben irgendwo! Hier! Auf dem Baum! Auf dem Baum! Auf dem Baum da oben! Zwei Stück! Hmee! Hmee! Bzz! Hmee! 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 Holy shit! Leider sind ein paar mehr. 18 Minuten hat der Spaß jetzt gedauert. Hmee! 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 wünsche was wünsche routen gar nix wenn man total voll ist ich habe zwei stück das sind unsere beiden ja ist wie mit dem schlüssel jeder hat einen boah daco zurück zurück in die base aber erstmal alles einsam was hier rumliegt das ist doch eine qual gewesen mit dem gab es noch irgendwas eine knochenwands trophäe die müssen wir noch unbedingt zum sportpunkt bringen bei dem kriegen wir ja dass wir weniger physische schaden bekommen wie die aktiviert aber ich werde bei eigentlich schon bleiben wegen ausdauer oder wenn wir dann gegen die goblins mal gucken ich werde den nehmen auf jeden fall holy shit ich mache den ohne das ist mir zu viel gewesen aber war war zum schluss mehr oder weniger gute strategie dass ich denn immer auf mich gelenkt habe aber war teilweise knapp bei niedrigste lebenszahl 14 ja also ich bin nie unter 40 gegangen zum glück hatte ich war über 50 habe aber dann gift schaden bekommen und habe dann erst gemerkt scheiße ich habe kein gift widerstand mehr die zehn minuten waren vorbei und jetzt können wir frost feine herstellen ob sie denn feine ob sie denn feine nadelfeile alle die nadelfeile machen 62 stechen ich habe über 100 pfeile verschossen holy shit bleib aber trotzdem erstmal bei nur feuerfeuern naja aber mehr als genug aber ne hast du platz dann nimm mal hier die wünschelrute auf boah alter schwede ne nie wieder lass jetzt aber dafür den sumpfschlüssel erstmal da ja das war echt ne aktion heute hier mach mal rechtsklick mit der ähm ne das mache ich dann in der nächsten aufnahme wegen äh na das ist ein bisschen standholzfackeln standeisenfackeln ne vorbei ist noch nicht die läuft noch aber dann habe ich was für die nächste folge ok ok hier muss wieder was neues dazu gekommen sein wenn mich nicht alles täuscht dächse werkbankverbesserung ne das haben wir schon und ist nix dazu gekommen lol durch bosse kriegt man ja auch nix dazu eigentlich sondern nur sowas wie die wünschelrute mit der man dann wieder was machen kann so ähm die trophäe gehe ich dann das nächste mal da hinten auffängen jo da beende ich kurz die folge jo sooo nach 18 bis 20 minuten äh kampf haben wir es endlich geschafft und haben ihn umgehauen den fetten knochwanz das werden wir nie wieder machen nie wieder also ne muss nicht sein ich hoffe euch hat die folge trotzdem gefallen wenn ja lasst gern einen daumen nach oben da der ist ganz wichtig für den youtube algorithmus lasst kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten video bis dahin bleibt entspannt genießt den tag und bei bei ARD Text im Auftrag von Funk